Im Wonnemonat Mai richten sich die Blicke der Freunde von Karten und Brettspielen Richtung Jury Spiel des Jahres. Denn sie veröffentlicht die Nominierungslisten für die drei Kategorien Kinderspiel des Jahres, Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Und ja, ich stelle euch jetzt einmal die von der Jury Spiel des Jahres nominierten Spiele für die Kategorie Kinderspiel des Jahres 2016 vor. Den Anfang macht Leo muss zum Friseur, ein Kinderspiel vom Aberkurs spiele und das ist für zwei bis fünf Spieler ab sechs Jahren gedacht. Das Spiel ist ein kooperatives Spiel, bei dem es darum geht, Leo den Löwen hier bis zum Friseur vorzubringen, denn seine Mähne, die wuchert und wuchert, sie wächst ihm quasi über den Kopf hinaus. Und das Ganze muss innerhalb von fünf Tagen passieren, nur dann haben die Spieler gemeinsam gewonnen. Das ist also, Leo muss zum Friseur, die erste Nominierung für das Kinderspiel des Jahres. Spiel Nummer zwei auf der Nominierungsliste für das Kinderspiel des Jahres 2016 ist Stone Age Junior und es kommt von Hans im Glück. Ein Spiel, bei dem zwei bis vier Spieler ab fünf Jahren in die Steinzeit versetzt werden. Hier geht es darum, Waren und Rohstoffe zu sammeln. Das Ganze macht man mit einem eigenen Stammesmitglied. Da gibt es hier diesen Sammelpfad und man muss sich nebenbei ein bisschen merken, wo welches Plättchen hier liegt. Also ein bisschen Merkspiel ist auch mit dabei. Ziel ist es aber für den eigenen Stamm Hütten zu bauen und dem Spieler, dem das am besten gelingt, der hat nach ungefähr 15 bis 30 Minuten die besten Chancen auf dem Sieg. Das ist die zweite oder das zweite Spiel auf der Nominierungsliste für das Kinderspiel des Jahres 2016. Da fehlt jetzt nur noch Spiel Nummer drei und das heißt Mhhh und kommt vom Pegasus Verlag. Hier sind zwei bis vier Spieler ab fünf Jahren bereits als Mäuse unterwegs und versuchen sich die leckersten Happen zu ergattern. Dumm nur, dass auch die Katze mit in den Räumen in der Küche unterwegs ist und da heißt es auf leisen Pfoten zum Ziel zu kommen und das Ganze auch noch kooperativ. Das das dritte Spiel auf der Nominierungsliste für das Kinderspiel des Jahres 2016. Ja und ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Spielen. Probiert sie doch einfach einmal aus. Ja und ich wünsche euch viel Spaß mit dem See. Vielen Dank.